Ich hab keine Lust mehr, nur im Internet böse zu sein. Ich brauche Action! Du bist zu jung für die Arbeit des Teufels. Entschuldigung. Okay, aber ich bestimme die Person, die du dazu bringen sollst, Böses zu tun. Nur eine Person. Hallo, ich bin die Greta. Herzlich willkommen. Hey. Kannst du mir keine normalen Menschen raussuchen? Ende der Woche will ich sehen, was du geleistet hast. Ich schaff das. Was würde es mich kosten, wenn du sie anmachst? Willst du mitabschreiben? Nein. Klär dir neunmal die Regeln. Leg dich nicht mit ihm an. Sowas kannst du doch nicht machen. Ich hatte Angst um dich. Jetzt wirst du mal so richtig aufgebitscht. Mega cool. Wenn du ihr wehtust, mach ich dich platt. Was noch andere Hobbys? Bist du verliebt? Ich? Ja, guter Witz. Oh Gott. So kann ich doch nicht in die Schule gehen. Du bist echt ein Geschenk des Himmels. Ja, ist voll krass, ne? Bitches. Dass das mag. Das magut nicht. olds sind nicht hier. Sagts blind auf Robô. Ich Muslims healthcare-